Leute, heute sind wir zurück in einer Flash-Neil-Folge Minecraft. Heide und Zieg, zusammen mit all meinen Freunden, unter anderem... Und Muggi. Oh ja, stimmt, Muggi ist auch mit am Start. Mit Benson Heimer. Hi. Mit Gambo. Meidi. Und... Leute, heute. Oh mein Gott, mit Candy auch noch. Wir entscheiden jetzt, wer als erstes suchen wird und wer sich jetzt verstecken wird. Seid ihr ready, Muggi? Ich bin ready geboren. Der erste Sucher hat immer den größten Vorteil, glaube ich. Muss man hier drücken? Ja, drück, drück, drück. Okay, drei, zwei, eins. Ja, grün. Okay, Kim. Aber das ist doch schlecht. Was heißt das denn? Ja, grün. Ich will suchen, ich will suchen. Oh. Gambo. Ich mag nicht suchen. Okay, wir gehen jetzt runter und verstecken uns. Aber warte mal, mein Hut ist doch der übelste Nachtseilbe. Hä? Wie laut die Regeln. Wir haben nur drei Minuten Zeit. Also hier sind nur drei Minuten Zeit. Oh, oh. Muss man in sein eigenes Haus? Also du hast doch gar nichts erzählt zu der Map. Ja, stimmt, Leute. Ich habe gestern stundenlang eine megacoole Map vorbereitet, die aus uns besteht. Hier ist das Benson Gym. Hier ist die Froggy Bühne. Hier ist Gambos Hotel. Also es ist halt einfach blau, weil ich nicht wusste, was... Und Candys Haus, Alter. Du hast mein Real-Life-Haus nachgebaut. Woher kennst du das? Ja, also ich habe dich gestalkt. Bin ehrlich. Oh Mann, ey. Extra Punkte, wer sich in seinem eigenen Haus versteckt, ohne erwischt zu werden. Candy, stehe ich im Kinderbett noch? Nein, Quatsch. Okay, wo verstehe ich? Die Krähen, die hat ein Bankautomat in seinem Haus. Die sind ja auch von innen so gemacht und alles. Joge. Ja, 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 ja. Und der Bankautomat. Hä, woher weiß ich, dass ich ein Bankautomat im Wohnzimmer habe? Ja, ist ganz normal. Von welcher Bank? Hier kann man dancen. Von meiner eigenen. Ich habe sogar dein Wohnzimmer so nachgebaut, dass du und Flauschi hier gemeinsam sitzen können und gemeinsam recorden können. Joge, krass. Voll geil. Ich finde kein Versteck, ich bin gebrochen. Dann geh aus deinem Gym raus, Ben. Ey, ey, guck nicht. Äh, ey, guck nicht. Äh, ey, guck nicht. Kann man so betrügen. Okay, jetzt gibt es. Aber Elina, sei ehrlich, gibt es auch so Geheimverstecke, so Löcher am Boden und so? Es gibt welche, aber die sind jetzt nicht so krass geheim. Hier, warte. Weil du kennst sie ja. Ich zeig dir eins. Es ist sehr obvious. Pass auf. Obvious, okay. Was ist? Wow. Ja, Mann. Okay, okay. Wie viele Minuten haben wir noch? Ähm, warte, wir müssen uns erst... Verstecken ist unlimited. Nee, warte mal, ich muss mal gut ändern. Das geht hier so nicht. Benjamin, nein, das passt schon so. Nein, Hüte darf man nicht ändern. Hüte darf man im Nachhinein ändern. Den ändere ich auf jeden Fall. Man darf die erst wieder in der Lobby oben ändern. Jetzt nicht. Nein, ich ändere den. Du, hä? Schummeln. Benjamin schummelt. Ich bin hier, um zu gewinnen. Schummlamin. Was kriegt der Gewinner eigentlich? Wofür mache ich das? Warum bin ich hier? Ruhm und Ehre. Nee, dann disconnecte ich. Also das... Da müsst ihr mich jetzt mittlerweile kennen. In den Jahren kannst du bei Kerni doch eh nichts gewinnen. Oh! Ey, Junge. Ich bin versteckt. Ich würde auch sagen, ich bin versteckt. Nee, unfair. Ich jump jetzt hier rum. Also ein Tesla sollte drin sein, Elina. Bleiben wir alle in Gämmung? Tesla, das kann ich mir doch nicht leisten. Nein, nein, du holst dir ein Schwert raus. Wir geben uns goldene Karotten. Und dann kannst du uns jagen. Und eine andere Sache. Wir spielen eine Heid and Sieg. Man muss was finden. Und ich habe gerade was gefunden in meinem Haus. Und zwar Like und Navo. Oh mein Gott, Alter. Geil. Yeah. Boah, Ehre, Ben. Ben gibt einen aus. Hat Karotten auf. Okay, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Kennys Versteck ist übel schlecht. Ich habe es gesehen. So, ich jump erst mal runter. Warte, ich bin noch nicht ready. Ich bin noch nicht ready, Gambo. Geh wieder weg. Du hast doch gesagt, du bist ready, Elina. Ja, aber ich war doch noch nicht im Game Mode raus. Ah, okay. Ich jump runter. Auf. Nee, das ist doch Betrug. Was? Armin, was ist das? Hä? Du musst mich töten. Du hast mich noch nicht gefunden. Was war das für eine Runde? Oh mein Gott. Weil er auf mich draufgesprungen ist. Das ist übel eh nicht egal. Oh mein Gott. Natürlich jump ich von oben runter. Egal, ich hole euch noch Zeit raus. Ja, Ben, mach das. Gambo wird mich niemals kriegen. Ja, aber das ist doch auch kacke so. Scheinlich wollte ich in die Lava haut. Was fällt los? Ja, ich bin weg, Alter. Kannst du vergessen. Let's go. Weil er so runtergesprungen ist, der Cheater. So kennt man den auch wirklich. Hä? Natürlich, ich bin von oben auf den Baum gejumpt. Unsichtbarkeitseffekt auf Elina. Der Cheater ist auf NBC. Du hättest mich da niemals gesehen, wenn du nicht von oben runtergesprungen wärst. Ben, aber wo soll ich denn sonst herkommen? Ich bin nach oben gespawnt. Nee. Ich bin sauer. Ich sag, Sophie, du bist jetzt schon an mir richtig nah vorbei. So ein Zentimeter. Du hast mich sogar berührt. Was? Ja. Doch. Nee, nee. Oh mein Gott. Naja. Ich bin mal in Candy's Haus. Ich bin Candy's Haus. Ey, nicht da, nicht da. Guck woanders erstmal. Nicht da, nicht da. Wir haben mal Setup, Junge. Oh mein Gott. Ja, Mann. Richtig krass. Schauen wir mal. Der kann ja volle Hütte in mein Gym gucken. Volle Kalotte. Junge, der hat übel viele Süßigkeiten. Ja, okay. Bei Candy kommt. Bei Candy, der haut das hin. Ja, der haut da anders die Sachen weg. Also ich weiß, wo beide sind, Gambo. Für eine gewisse Spende. Du bist ein Spektater-Modus. Ich wusste es aber vorher auch schon. Ja, genau. Für eine gewisse Spende. Eine Spende. Eine Spende. Okay. Candy gebe ich dir for free. Echt? Was? Nee. Benjamin. Wie viel Zeit hat er denn überhaupt? Er hat noch eine Minute. Was? Oh, oh. Eine Minute noch. Das ist ja ein Reinfall. Mich auch nur gefunden, weil er betrogen hat. Benjamin. Bei der Stage ist nichts los. Da ist gar nichts los. Keine. Oh, jetzt hat er Candy gleich. Oh, oh. Candy. Das ist ein geheimer Geheimraum mit einem geheimen Setup. Mein Gott. Oh Mann. Gambo, du wirst mich nicht finden. Gambo sucht auch wirklich mit Minusgeschwindigkeit. Benjamin. Soll ich jetzt fliegen oder was? Bist du noch im Game-Mode? Gambo? Was? Bist du gerade eben wirklich geflogen? Nein. Ich bin noch im Game-Mode, aber das macht ja keinen Unterschied. Das macht ja keinen Unterschied, wenn du einfach mal von der Bühne stre... Oh, Ben hat reingehauen. Ben hat reingehauen. Acht Sekunden noch. Neu. Oh. Oder so. Keine Ahnung. Deswegen konnte ich dich nicht in die Labe hauen. Oh. Nein. Doch. Das ist... Oh Mann. Das war... Warum seid ihr denn? Ich finde euch nicht so groß ist die Welt. Du bist an mir vorbeigelaufen. Als du mich verfolgt hast. Hotel. Ja eben. Oh Mann ey. Nein, ich war gar nicht in meinem Hotel drin. Ich war im Hotel. Ganz oben Penthouse-Wohnung habe ich mir da gezogen. Manometer. Okay, ab in die Lobby. Okay, seid ihr ready? Ich fang jetzt an. Okay. Ich will anfangen, Candy. Okay, dann... Ne, war ein Witz, Selina. Okay, dann... Ne, dann Candy. Okay, ja, okay. Dann Ben. Ben, Ben. Oh. Ben, okay. Ich hätte aber gern gesucht. Und, und, und. Oh. Ja, wir haben wir suchen. Oh. Ach nee, verstecken. Oh nein. Ja, weiß ich auch nicht, was hier los ist. Soll ich meine Sicht aufnehmen, Elina? Äh, nee, brauchst du nicht. Alles gut. Okay, okay. Ich warte jetzt. Gibt es da unten Wasser, wo ich nicht sterbe? Ja. Während ich warte, lasse ich ein Like und ein Abo da. Wo ist der denn gelandet? Keine Ahnung. Okay, okay, okay. Ich suche mir jetzt ein Mega-Versteck aus. Ah ja. Hier bin ich, glaube ich, gut aufgehoben. Ich bin in die Lada gesprungen. Pim! Nein, Ben! Ich habe Stress, Leute. Ich habe Stress. Geht ins Wasser, geht ins Wasser. Ja, das ist doch hier sicher. Garmus, sag mal, hast du nichts zu tun zu dem Versteck und hör auf, mir alles abzugucken. Ich tue doch mir ein Versteck. Ich habe ein Versteck. Ich auch. Das könnt ihr machen. Ich will da nicht. Auf gar keinen Fall mache ich das. Ja, mal oben verstecken macht ja keinen Sinn, weil da wird man ja direkt gesehen. Ach, wir müssen darauf gekommen. Du hast den Game-Mode betrogen. Du hast mir hier den Ball flach. Andy? Wann darf ich suchen? Guckst du nach oben? Ja, ich gucke halt gerade, aber ich sehe gar nichts. Okay. Ich bin ready, Bombetti. Ich bin auch ready. Ich bin auch ready. Oh, okay. Dann können wir loslegen. Okay. Los, Ben, los. 3, 2, 1. Ob versteckt oder nicht. Ich kenne den... Ach, egal. Ich komme jetzt. Achtung. So. 1, 2, 3, 4 Eckstein. Alles muss versteckt sein. Nein, okay. So. Hört mich hier jemand, wenn ich es abbaue? Ich kann mich hören. Klar und deutlich. Okay. Ich mache jetzt Speedrun. Ich finde jetzt alle easy. Tut immer so, als wenn das schwer wäre. Ich gehe in das rote Haus rein. Hier. Bip, bip, bip. Da war so ein Metalldetektor. Jetzt laufen nach oben. Ey, ich sage euch, wie es ist. Ich finde euch sowas von easy. Ich will das ja nicht verraten, aber Gambo ist auf der Bühne. So. Dann gehe ich direkt als nächstes zur Bühne. Ne, rotes Haus ist auf jeden Fall safe, wenn ihr noch jemand drinnenes Glück gehabt. Jetzt gehe ich hier zur... Ich habe schon das Glück gehabt. Ich lese mich zurück. Hier ist eine Hundehütte. Hä, Ben? Ich darf bis da drinnen. Nein. Wie, umgehe. Ich gehe gleich. Ich komme gleich aus meinem Versteck und schlack dich zusammen. Okay. Ben, ist in der roten Wind. Hey, ich kann einen Hut sehen, glaube ich. Ich glaube, ich sehe einen Hut. Nein. 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 Ich sehe einen Hut. Nein. Ich sehe einen Hut. Nein. Das war's. Das war's. Und zwar, wen haben wir denn hier? Ja, ich bin gefangen. Achso, muss ich hier gehen? Hol Zeit raus, Gambo. Hol Zeit raus. Ich habe kein Schwert. Los. Ja, deine Schuld, Candy. Ich wusste das nicht. Ich bin in der Labe. Ich wusste das nicht. Also, ich werde nicht ein Sneaken für dein Schwert. Ich auch nicht. Musst du jetzt durch, Candy. Los, rein, Gambo. Oh mein Gott, das wird jetzt ein Feind. Willst du mich denn killen? Er verliert gar kein Leben. Wie soll ich das in der Zeit schaffen? Nein. Nein, Gambo. Egal. So, jetzt geht es ganz schön zum nächsten. Oh Mann, oh Mann. Also, ich gehe jetzt nicht ins blaue Haus rein, sondern schaue erst mal drüber. Nein, 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 nein. Ich hole jetzt Zeit raus für dich, Ben. Du hast noch eine Minute und 29 Zeit. Mann, hätte ich das schwert, würde ich easy gewinnen. Unfair, weil ich das nicht kenne. Nö, ist doch deine Schuld. Weil ich das nicht kenne. Ja, muss man kennen. So, und weil ich weiß, Ben, wer dein Lieblings-Youtuber ist, weiß ich auch, in welchem Haus du dich befindest. Und zwar befindest du den blauen. Ah, ich habe nur noch ein Herz, feiere ich. Nein, Candy, gewinnt, gewinnt. Oh, ich habe keinen. Oh, ich habe verloren. Ich habe keinen. Nein, das geht weiter. Ich habe kein Schwert, das ist unfair. Nimm dir da eins aus der Kiste oben. Wie soll ich da hochkommen? Ich habe verloren. Ey, ich hau Ben jetzt, ich hau Ben jetzt, mir egal. Ich hole easy den Wind. Du bist schon an mir vorbeigelaufen und hast mich berührt. Ja. Mann, ey. Oh, nee. So würde sich das anhören, wenn du mich finden würdest. Oh, 33 Sekunden noch. Ja, toll, Leute. Ja, jetzt bin ich in der Lava. Oh, nein, ich bin in der Lava. Oh, ich bin gestorben. Unfair. So, aber egal, Ben finde ich noch. Zumindest, dass ich ihn finde. Und ich glaube, er ist tatsächlich hier bei Gambo im Haus. So, jetzt schauen wir hier mal Stockberg. Glauben ist nicht Wissen. Ich glaube, er ist nämlich oben drauf, sogar auf dem Haus drauf. Das hättest du doch gesehen, da runterspringen. Ich könnte dir auch noch eine Minute geben, Ken. 2, 1, 2, 1, vorbei. Locker flockig. Mann, oh. Ich war unter der Bühne in so einer Falltür drin. Oh, wie einfach das. OP. Zeig mal, wo. Oha. Bist du über mich drüber gesprungen. Ich bin echt über dich drüber gesprungen. Ja, ja. Das ist versteckt. Okay, weiter geht's. Ab in die Lobby. Haben wir ein Punktesystem, Elina? Nee. Ja, ich habe gewonnen. Geht nicht. Okay, ich führe. Alles ist drinnen, nur noch Elina und Ben müssen drücken. Stimmt. Er will anfangen. Ben fängt an. Das ist jetzt schwer. Jenny, was sagst du? Ben fängt an. Okay, Ben fängt an. Ich mache jetzt eine 360er-Drehung. Okay, okay. 27er, dann wird es nämlich rot. Oh, Mann. Stopp. Ich hatte das falsch reingelegt. Nochmal neu, bitte. Ich hatte das falsch reingelegt. Nochmal neu, bitte. Hä? Ja, sorry. Ich habe es falsch gemacht. Nochmal neu, bitte. Bitte. Und jetzt Ben direkt nochmal am besten. Angetäuscht. Man muss nämlich antäuschen auch mal. Oh, Mann, ey. Okay, ey. Nein, jetzt drückt Elina die Klappe. Oh, Mann, ich muss suchen. Ey, das ist doch gut, oder? Ja, na gut. Ben, wollt ihr tauschen? Nein. Nein, Regeln sind Regeln. Wird nicht getauscht. So, jetzt hole ich erstmal nochmal einen Easy-Win. Hast du es getriegelt? Ich habe den Bodenblock vorher rausgenommen. Ready, Bom, Betty? Dann lege ich jetzt auch los. Und es geht los. Zack. Timer läuft. Ich werde euch jetzt alle finden. So, also als erstes. Nee. Was? Mann. Hä? Wie? Mann, ich vollidiot. Wie? Mein Versteck hat darauf basiert, dass Elina mir vorbeiläuft und ich dann die Position wechsle, was auch perfekt geklappt hat. Aber ich habe gerade nicht auf den Bildschirm geguckt. Nein. Und dann hat sie sich schon umge... Weil sie auch instant dahin ist, nach einer Sekunde. Ich muss merken, dass ich weglaufen muss, auf jeden Fall. Mann, ey. Das war aber ehrlich... Das war aber ein geiles Versteck, Elina, ne? Eigentlich bist du erst vorbeigelaufen. Nein, Gambo, du Affe. Du gemeiner Affe. Let's go. Neu Verstecken. Alles neu gemischt. Gambo, ist ins blaue Haus rein? Das stimmt nicht. Das stimmt. Oh, im Wengelshaus rein? Du da oben und ich mal unten... Blau, blau. Ey, das ist alles so unfair. Ins blaue. Der hat mich im Game-Mode gekillt in der ersten Runde. Das ist meine Rache. Da geht er runter. Da geht er runter. Da geht er runter. Ben, 33er. Da geht er runter. Das war mein böser Zwillingsbruder. Was ist hier los? Ich bin gespannt. Okay, jetzt geht es nur noch um Candy. Habt ihr mich denn schon gesehen? Ja. Nee. Von drei Mal. Wirklich? Ja. Okay, hier im Aufnahmezimmer. Ist er nicht. Das sucht jetzt auch mal. Ja, ist er auch nicht. Also ich sag, Sophie, es hat etwas mit meiner Skinfarbe zu tun. Oh, oh. Ich glaube, ich werde dir verarscht. Oh, oh, das Ding geht krachen. Fünf Meter, fünf Meter. Nein, der verarscht mich anders. Wie viel Zeit? Der verarscht mich anders. Du warst so nah an mir dran. Eine Minute acht. Es waren fünf Blöcke gerade. Nee, der verarscht komplett. Hä, Ben, guck doch, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, oh. Dann sag, ob es gestimmt hat. Achso, ja, nee, da hat sogar ich gestimmt. Hä, was? Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Ich war auch nicht bereit zu laufen. Ah, nein, ich hab sie, ich hab sie gesehen. Jetzt aber Zeit, Spann. Oh, mein Gott. Okay, easy, easy, easy. Benutzt die Lava, benutzt das Wasser, Gandy. Ach, Quatsch. Ich benutze meine Game Sands, Leute. Yes. Die Game Sands. Ich mach hier ganz viele Sprünge hintereinander. Oh, oh, ich kann gleich nicht versprinten. Warum geh ich hier rein? Oh, nein, nein, nein. Ah, Pitsch, wenn du erst mal geboxt werden. Okay, das war's. Oh, mein Gott. Oh, Mann, ey. Ich hab alle gefunden. Wie viel Zeit war noch? 18 Sekunden. Oha, ey. Ich hab Zeit mitgestoppt, deine Zeit war schon um. Ja. Spaß. Ich hab Zeit auch mitgestoppt. Spaß. Mein Versteck war, guckt, wollt ihr mein Versteck mal sehen? Das war eigentlich genial, aber ich hab halt leider nicht auf meinen Bildschirm geguckt. Hä? Pass auf, meine Praktik. Ach, na klar, bei mir im Haus, ja. Hier, hier stand ich. Das war gar nicht mal so geil. Und hier ist sie wie noch an mir vorbeigelaufen, aber dann hab ich halt den Moment verpasst, wo ich halt hier weglaufen musste. Weil dann hätte ich mich einfach hier hingestellt, hätte gewartet, wie sie zum blauen Haus gelaufen ist und dann hätte ich mich wieder dahingestellt. Boah. Das wäre Masterbrainer, aber leider war ich abgelehnt. Junge, ich saß da hinten auf der Parkbank. Ja, dein Versteck war komplett verloren. Das war echt... Ohne Witz, ihr habt auch gar nicht woanders verkauft. Warum sagt ihr dem das denn nicht? Wenn er das gesagt hat. Ich hab erst gesehen, dass er sich da versteckt hat. Und auch wenn ich's gesehen hätte, hätte ich's ihm nicht gesagt. Ja, der hat mich auch anders verraten. Aber kommen wir jetzt zur finalen Runde, Ben. Jetzt musst du ja nur noch durchsuchen, also ab nach oben. Jetzt musst du performen, ey. So, wo verstecken wir uns am besten? Wir wollen ja hier, dass Ben nicht gewinnt. Bisher bin ich, glaube ich, Spitzenreiterin. Oder so. Zumindest im Suchen. Na, lass mal gucken. Ich war Vierter, Erster, Vierter. Scheiße. Ich war bisher nur Letzter oder Erster. Also, ich bin auf jeden Fall an die Spitzenreiter. So, wie kann ich mal sagen. So. Zack. Aha, okay. Also, ich denke, ich hab ein gutes Versteck. Ich auch. Ja, der Letzte hat voll den Nachteil. Aber jetzt kennt ihr die Map richtig gut. Ich denke, ich hab... Ja, die Map kenn ich gut. Aber das Versteck hab ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Hatte ich jetzt vorher nicht. Boah, ich glaube, meins ist auch huge. Hey, Juni, ich hab ja einen Keller. Meins ist über-huge. Ja, ich bin versteckt. Ich wäre auch so weit. Ich wäre ready. Auf die Plätze. Oh, ich darf mein Scherb nicht vergessen. Okay, ich bin gespannt. Also, ich sag dir so viel. Er ist die Zeit, wenn ich oben bin. Oh, wenn du mich als erstes findest. Als erstes. Oh, Zeit läuft. Zeit läuft. Oh, Zeit läuft. Zeit läuft. In Gambos Haus. Erstes Stockwerk. Er geht hoch. Nein, was? Zweiten. Hey. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, ist der durch. Der geht hoch. Oh, Mann. Jetzt ist er oben. Langweilig. Er ist oben. Oh, Mann, ey. Hallo, Candy. Halt die Backen, Alter. Jetzt läuft er raus. Jetzt ist er hinter am Haus. Springt da rum. Jetzt läuft er weiter. Jetzt ist er da bei der Bar. Jetzt geht er zu meinem Haus. Jetzt geht er rein. Ben, streng dich an. Wenn ich das alles... Ich streng mich doch an. Ich war fast neben dir. Nee, nee, nee. Jetzt ist er oben drin. Bei meinem Bett war er gerade. Ich sehe ihn die ganze Zeit. Ich habe so eine gute Posi, wo ich gerade bin. Ich sehe alles von meiner Posi aus. Und jetzt guckt er nur und guckt. Du bist wieder auf irgendeinem Baum. Ich kann von hier aus alles sehen. So viel kann ich dir sagen. Oh, jetzt weiß ich, wo Candy sich versteckt hat. Jetzt ist er bei der Hundehütte. Jetzt ist er links rumgegangen. Hüpft da rum. Hä, wie weit oben bist du bitte, dass du alles siehst? Bro, du hättest dich schon dreimal sehen müssen. Ich muss schnell laufen, wenn du mich siehst. Ich bin ein Eisthalz an mir vorbeigerannt. Das stimmt mir nicht. Ich muss wirklich schnell laufen dann. Jetzt springt er auf dem Dach rum. Das ist ja illegal, hä? Nee. Eine Minute 49. Jetzt hat er da so eine Falsch. Jetzt ist er auf dem Klavier drauf gestanden. Jetzt läuft er weiter links rum. Wie kannst du das alles? Du bist doch auf der Plattform rum. Jetzt ist er dahinter. Jetzt guckt er wieder nach oben. Jetzt ist er einmal gesprungen. Ich weiß nicht, ob du auf der Plattform bist. Ja. Jetzt ist er beim Mikro. Ey, Leute, nimmt euch in Acht vor ihm. Ich kann nicht genau sagen, wo er ist. Nimmt euch in Acht. Bei der Bar wieder. Ja, ist bei der Bar. Jetzt hüpft er auf dem Tisch rum. Ich kann alles sehen. Er guckt mich auch. Jetzt hat er mich angeguckt sogar. Lol. Lol, hä? Junge Ben. Das kann ich dein Ernst sein. Ich sage doch sogar 100 Euro, wenn du mich siehst. 100 Euro? Jetzt steht er vor der Cola-Maschine. Hä, wie siehst du das so genau? Das ist doch irgendein Hack. Bro, so schlecht. Ihr seid gar nicht versteckt. Ihr seid immer drin oder so. Nein. Nein, wir sind sehr versteckt. Hä, wie kannst du das sonst so gut sehen? Auch in den Ecken und so. Ja, wenn da Fenster sind. Ich habe überall nachgekommen. Wie kannst du mich nicht gesehen haben? Nee, das geht nicht. Muss ich leider sagen. Jetzt ist Ben offiziell das dritte Mal an mir vorbei. Let's go. Also ich habe ein OP-Versteck. Also ich verstehe schon, dass das schwer ist. Noch 30 Sekunden. Ich bin grün. Das wird ein Nuller, Alter. Ich bin grün. Nuller? Grün. Ich weiß, dass du grün bist. Hör doch mal auf zu reden, ey. 18 Sekunden noch. Und noch niemanden gefunden. Oh Mann. Ja, das ist ja ganz mau alles. Sag ich, wie es ist. Du läufst aber auch schon zum zweiten Mal. Da ist auch das Dach raus. Nein, geh da runter. Geh da runter. Geh da runter. Ne, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das war doch auch nicht gecheckt. Das war doch auch nicht gecheckt. Ja, ich kann dir sagen, wo ich bin. Ich gehe jetzt hier. Ich stehe jetzt wieder. Er fällt runter. Ich stehe jetzt hier. Ich stehe. Ben, siehst du mich hier? Nö. Bist du? Konzert-Dings hier. Hä? Hä? Das war eine Runde. Wie gut, Ben? Oh Mann. Halt's auf. Ich dachte, du löst das doch auf. Hä? Ihr habt doch beschissen. Ich dachte, du löst das doch auf. Ja, ich würde aufgelöst. Wir waren unsichtbar. Und wir sind den Geisterblock hier rausgelaufen. Hat jemand Ben unsichtbar gemacht? Der ist einfach immer weg. Ja, ich habe ihn gerade mit unsichtbar gemacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.